was geht meine freunde herzlich willkommen zu einer neuen runde counter roblox ficken und ja wir zocken jetzt auf cage also freunde die glock ihr wisst das ist die beste waffe im spiel deswegen kaufe ich jetzt auch keine zweite waffe jetzt die beste waffe im spiel wo wollen wir überhaupt hinfeuer diesmal spiel ich mit feiern nur alleine mal ja bei alkan ist so schlecht der alkan ist ja nicht da glaube ich keine ahnung ich hab den ja schon mal gefunden kann man hier gar nicht also wie gesagt alkan ist nicht da und der antwortet auch nicht deswegen so der erste schon tot ok sauber jungen wie schmeißt man ist die smoke ist irgendwie die hat irgendwie sind die dumme landebahn alter das ist so dumm smoke werfen sich hier richtig scheiße also kann ich beide views seiner das hört man hört wie man die views er hat sowieso wieder die views hat man ja sowieso alkan meinte man hört es nicht auch man hört das ich glaube nicht ich glaube nicht so weit glaube ich vielleicht vielleicht weil ich hier halt neben ihm war weißt du was ich mein ich hole mir schon ak kommt so komm wir in mitte raus mitte raus kommen wir bumsen jetzt in der mitte ich habe sogar c4 alter kommen die sollen mal aufhören zu schießen man frag ich habe nur noch 40 ap alter ja warte ich bin die op sind hier die granaten alter man meine teammates blocken auch toll aber der ego hat die ganze zeit geblockt toll saubere leistung wenn du jetzt die runde nicht holt dann fick ich dich alter aber ich glaube die holen die runde trotzdem aber der typ hat mich die ganze zeit geblockt ich habe die zieht ist gar nicht gesehen wegen denen sag mal wie erst blockt ja sauber und fast aber ja okay der muss jetzt die runde holen sonst ist aus die maus bleibt auch die bombe du kleiner löscht zwerg aller das ist weil mein team ist bad der games die schnauze da kann man was art im jo macht was macht er ja hacker naja da weiß auch wie man defuse naja da muss man immer stolz sein wenn man die runde gewinnt weil teammates eigenen blocken muss man stolz sein dass man eko macht ich kauf mir jetzt nix und dann rasen wir jetzt wieder b oder a lass b rasen kommen wir rasen jetzt nur mit glock dahin rasen damit der glock den wieso hast du gekauft du holz kopf willst du haben nö ich mach jetzt n eko so wir rasen jetzt da drauf komm weizerns kopf plant wenn du bombe hast ne hab ich wer hat die bombe ja oh mein gott der eine mit der bombe der der ist auch dumm der geht einfach mitte raus so ein voll depp alter ohne mist und voll versager fuck nimm die bombe immer mit drei sind mitte oder so gewesen blend dir einfach dahinter dir ist einer so glock ist die beste waffe im spiel deswegen habe ich den netshot gedrückt noch einmal zwei kills mit glock wer schießt da fuck da ist er der hat 30 damage bekommen gut hauptsache zwei kills mit glock oh hier willst du eine ak for free ne ich hab schon ja du hast keine ak doch hier hey lol du hast einen geilen skin dafür alter hab ich nicht ich hab gar keinen skin ok ja lass A kommen was ist das für ne gammel smoke alter einer squeaky alle tot komm ja plant tausend wer ist denn die bombe weiht denn die bombe wer ist denn die bombe jetzt alter der ego ja dann plant doch du kleine holzkopf der kommt wir haben doch die kleine holzkopf Ne, egal. Okay, der hat einen coolen Skin da. Da warte. The Gab... Bester, oder wie der heißt. Flamed der, oder was? Jetzt hab ich die C4. Das ist mal wieder A. Flamed der Typ? Done. Aua, Maa. Tot. Blend. Easy match. Wo ist der? Bei sich am Spawn, Mann. Der letzte auch, ne? Da ist er. Keine Ahnung. Ich hab den gesehen. Ja. Ja, der Typ ist so ein Lacker, Alter. 70 in 2, du Fotze, Mann. So, nur ein Sohn. Raffen die anderen das auch mal? Ah, der stirbt, der Holzkopf. Gönn ich dir, Artemio, Alter. Gönn ich dir, du Lackzwerg. Lucky. Restered. So. Cringe. Junge, was hat der Typ mit seinen Cringe, Alter? Ist er... Ist er gelähmt? Ich geh mit dir. Die haben sogar gesmoked, Alter. Hast du den, Sauber? Ja, ich hab den. Oh, B gehen. Komm, lass B. Ich hab den. Ja, AWP for free. Nimm mich. Liebend. Gerne. So. Ah! Ich... Warte mal, was ist das ne? Ja, ne. Die Glocke ist, glaub ich, die beste Zweitpistel. Die Glocke. All die Fressel! So, ich geh jetzt in die Mitte und hol den jetzt. Wenn ich den nicht hol, bin ich schwul. Ja, bist du auch so. Haha. Ja, guck mal, wie der smoked, Alter. Was ist denn das, wenn der smoked? Oh, Doppelkill! Was ist so ein Blaster? Da! Ja! Hä? Getroffen, hacked! Der hat hacked! Der hat hacked! Der hat hacked! Ich hab's drauf! Ne, doch nicht. Ja, Junge, ich war komplett drauf, Alter. Ey, der hat sich schon mal gedreht gehabt und der hat sich getötet. Der hat einfach sich rumgedreht und geschossen. Der hat sich nicht mehr in den Griff. Guck mal, der flamet seine Team-Mates. Jetzt sag ich dein Carry, lol. Jetzt ist es. Junge, ich hab 12-4-Score, Alter. Der braucht gar nichts zu sagen mit seinem 5-7. Was will denn der eigentlich? Das ist ja komplett easy. Das ist so easy. Das gibt's ja nicht. Wie wenn ich gegen Silber-1-Smurf, Alter. Da kommt ein Erstes-Kill-Off mit, komm. Ich geh. Aber da ist es nicht wert. Junge, der ist komplett schlecht, der wollte überhaupt nichts sagen, Alter. Wenn juckt das, ob der das Spiel jetzt carriert oder nicht, wenn juckt denn das Tier? Ja, nö, guck, zwei zu viel. Ja, der Gabestar, der Typ jeatet doch, Alter. Der Typ geht nicht da und man gibt ihm drei Headshots, der lebt noch. Ja, lass den mal melden. Ich melde den jetzt auch gleich. Äh, warte, Report, Player, äh, Choose One. So, wenn Benni den Klatsch macht, dann gebe ich den eine Million, Alter. Loll, der hat ihn durch die Wand gebumst. Komm, mach jetzt, mach den Klatsch. Komm, Benni. Nein, nimm dich die, nimm dich die AWP. Ja, okay, der hat verloren, der macht den Klatsch, den Klatsch nicht. Die AWP ist hier so ungenau, das gibt's gar nicht. Die trifft manchmal, obwohl man, also die trifft manchmal nicht, obwohl man da doch komplett drauf ist. Komm, mach jetzt den Klatsch, Alter. Ja, der ist, der hat verloren. Schlecht. Das ist doch so bad. Was, was ich jetzt mache, haben wir das Tech-9-Rush-B. Ich fick den mit SSG jetzt. Komm, B. Ich glaube, B ist nicht mal einer. Junge, die gehen nie B, Alter, lass chillen. Warte, der kämpft, Alter. Ey, wo? Junge, der stirbt aber auch nicht. Wo ist dein SSG? Ah, hier ist ne Waffe. Ach, SG hattest du, oder was? Wer Gabe ist, warte, ich sag dir, wo der ist, da. Hier, da, der ist da! Rot. Sag mal. Junge, er ist der Typ, das ist nicht zu blöd. Jawoll. Wer ist zu blöd? Ja, tschüss, Alter. Er ist zu blöd, den zu zacken. Okay. Was hat er gemacht? Ja, keine Ahnung, bleibt ja nicht top. Mal Joker mit einem braunen Ding. Willst du auch's Maul, hä, Feier? Komm, doch, ja, Alter. Komm, doch, ja, Alter. Das ist locker Mitte rechts einer, oder? Ja, Mann! Ja, Alter. Ja, der Typ, Alter, Wille, Alter. Fick doch deine Mutter, Alter. Wille, geschehe. Du bist ne fette Nuss, Alter. Ja, du fette Nuss. Ja, guck mal, it's real name, Duck. DK. Haha, DK. Donkey, guck. Hey, DK. Oh, hey, hey, hey. Guck mal, tschüss, was er macht. Guck mal, tschüss. Junge, mach doch. Hahaha. Hahaha. Das ist doch kein Mensch, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist doch kein Mensch. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein Mensch ist. Das blockst du mich so an, Alter. Hä, bitte? Komm, lass jetzt A drauf, Alter, komm. Jetzt hab ich ne Akatsbumsicht, die. Kurto, komm, mit ner braunen Waske, Alter. Er hat sich die Kacke wieder in sich geschmiert. Können ruhig herkommen, Alter. Gut. Sag mal, Digga. Junge, der Spray ist hier so komisch, ey. Das gibt's ja nicht. Den Spray hier auch irgendwie nie hin. Egal, ich mach einfach so. Wo ist der? Rot. Da, der geht jetzt zur Bombe. Solo. Der kämpft hinterm Auto. Der kommt. Der schleicht. Easy. Junge, was will der Thys, Alter? Dieser kleinen Lüschzwerg, Alter. Aber wir haben's wieder easy gecarried, wie immer. Guck mal, der Thys, Alter, 6,5, als ob. Äh, fallen hat man noch nicht. Ja, die machen eh das, zwei. Komm, lass es fallen versuchen. Fallen. Toll, nach City. Ah, City, hallo, ich. Oh, ich bin City, doch. So, P-2000 ist eh die beste Waffe. Oh, guck mal, der Gapester, Alter. Das ist an unser Team, der Jeter. Hallo, Jeter. Schreibt mir, hallo, Jeter. We are in, in DK. Ah, DK. Donkey Kong. Ha, 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 ha. DK, Donkey Kong. What's up, DK? Donkey Kong hat einen Headshot gedrückt. Diesen Tunnel ist einer zumindest. Ja, der Bandy, der jeatet. Der geht durch die Smoke Headshot. DK. Die sind beide da. Oh, oh, Fire, Alter. Wo ist denn jetzt auch noch? Ouh, oh, 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 oh. Was kaufe ich mir zum Wissen? Ich hole meine SSG, Alter. Komm, lecker. Jetzt räume ich auf, Alter. Jetzt räume ich die Mitte auf. Gut. Kleines fettes Schwein, Alter. Atemlos Durch die Nacht Tod Dö, dö I'm global Oh yeah I'm global Oh yeah Noch einer Oh yeah Mami, die liefen, Alter Ein paar sind bestimmt Wenigen mir gelieft Mann, ich hätte fast leist Du bist ein Arschgesicht Guck mal hier Was dann? Ich bin neben dir Ich hole jetzt die Nova und Du musst jetzt ein paar Then why are you here? I'm global Okay, die müssen irgendwo Teasporn Ja Ich hab zwei Ich bin so blöd zu treffen Okay, ich hab den Der ist ja komplett schlecht Junge, ich hab den fünfmal nicht getroffen Der trifft mich genauso wenig, Alter Voll schwach Hier ist Aber die Shotgun irgendwie Die ist komisch, Alter Oder ich war einfach viel zu schlecht gerade Guck mal, ich räume richtig auf mit der Auge Hier ist in Roblox Wo kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen, Joker Warum nicht? Keine Ahnung Hallo Hä? Ego cheated 78 in 3, du kleiner Loser, Alter Hallo Hüpf halt Kann sie jetzt bewegen Guck doch mal Das ist ein geiles Spiel, Alter Egal, der hat die Runde geholt I cannot move I cannot move Jetzt hab ich fünf Ich hab schon wieder fünf, Alter Ich weiß gar nicht, was Ich weiß gar nicht, dass ich so viel hatte Löscht's Weck Sich jetzt bewegen Nein! Ja, musst du neu starten, mach mal Start mal neu, Feier Oh, warte Schon voll stark, danke, aber ich bin dir Haha, sag mal, so hieß Ich hätte schreiben sollen Thanks But now is But now is You beerdigung Hä, der Typ ist doch Niemals legend, Alter Ich hab den jetzt zehnmal angehittet, Mann Tricks Ohne Mist, Alter Du willst doch sein Kopf gezielt dreimal Und der lebt noch Ich muss so sagen, Alter Magst du Roblox? Okay, der kann's noch machen, den Klatsch, Alter Komm Sag, come on Der Ego ist, der ist ein Holzkopf, Alter agreed to leave Bitte Verkackst du nicht 兒 Hey, Junge wat will denn der eigentlich, Alter Hilf Muss schreiben? Höh Das trifft Du brauchst irgendein Du brauchst gar nichts sagen Dere braucht wirklich nichts sagen, Alter Shut up, löscht's Berg! Fuck, man, wie will ich jetzt... Versuch'n. Nice. Hey Joker, wie geht's? Oh, hau. Drop, please. Mit deinem Maul, Alter. Holzkoch. Doch schon. Aber was ist denn das für ein Reingelack? Ich... Schieß dreimal auf den Kopf, oder was weiß ich? Spray den kaputt und er lebt noch. Irgendwo hier braucht man kein Drop, Alter, er spielt da birp 2000. Aaau. Steht off, du lösch', Zweck. Aaau. It's been a long way the keinem toys zwei runden ausgesetzt alter und bin immer noch erster mal als das mit dem rosa teils zu schlecht easy ja da wird übelst gekämpfte eine kleine lischzwerg da der letzte ist short genau so genau so genau so genau so natürlich es ist das ranking system schuld das richtige ist ein bisschen schwieriger und keine ahnung ich komme aus silber nicht raus ich war ja schon mal gold dann habe ich lange zeit nicht geschwäßig oblox sagt ja auch gar nichts was klaus das ist halt easy ja sorry aber das war easy sorry but is so macht wollen hat vertigo hat man schon mal glaube ich ne entferne oder fallen eins zu den beiden macht vor allem vor hast du voll jawohl jungs fallen ne fallen hat man glaube ich schon mal it is if you are a good team was was bin ich ja hallo doch hallo ja die wollen nicht aus city raus hallo was dann ich kann nicht rein ich muss die ich muss die spielen soll ich muss mit den loonern spielen jetzt auch city aber es geht so ich kann ja wir haben schon mal geschafft dass ein ganzes team verschwindet ich habe die so gebums welches map hat mich hier noch nicht alter wir müssen mal wie heißt es ich muss das gegner team du bleibst da ich töte alle deine leute du meinung wir dann doch schon haben wir doch schon gemacht du trottel haben wir nicht doch mit alkan stehren da warst du dabei ja klar war ich da dabei du kleiner löscht zweck das haben wir sogar aufgenommen du löscht zwerg so jetzt machen wir es easy so jetzt habe ich mir ne SSG jetzt ist sie hier guck mal da gäbe es da ja jungen was ist denn das für eine map alter die check ich ja gar nicht keine ahnung ich glaube die gab es bestimmt mal aber die gibt es nicht mehr locker nicht ja warum wohl ja die war bestimmt so eine operation map den doggiex ist tot ich check hier gar nichts ich auch nicht ich auch nicht man ja hier kann man runter in den untergrund lol was ist denn für eine map man jungen ich check diese kack map nicht da kann man doch gar nicht mehr mit der ssg spielen ich spiel nie wieder mit der ssg hier auf dieser gammel map ich will die map allgemein nicht mehr spielen die sind alle in der mitte ich schlage einfach rum aber die sind alle in der mitte man der letzte ist schlecht der hat 25 ap der loser ja der ist irgendwo da vorne der ist gleich da ja gleich da habe ich nicht die gäbe es da wieder ich glaube der fühlt sich gerade ich glaube der fühlt sich gerade Junge mit ssg hier zu spielen das ist scheiße ich spiel jetzt hier nur Pistole oder irgendwelche normalen Waffen aber keine sniper weil ich hier die map gar nicht check ja der ist wirklich lucky sagt der ist das true das true das true junge junge ich check die map nicht oder ohne Mist was'n das für eine map oder ohne Mist check die nicht jungen hab' die haben als Overcover gespielt ja ich check nicht wo die sind ich schließe mal richtig nicht geschossen geiles spiel hekt er nein die jacke hat nicht geschossen ich habe meine idee pass mal auf nein was für ssg man schlechte spiel ohne mist ich verrate meine maids manche gehen jetzt nicht auf die warum gehst du te man ja ich krieg die auch so weg alder die sind doch nicht schwer kommen jetzt rein mal wieder einer im leckenbach seid ruhig shut the fucker Jetzt pumpen sich die. Nee, tu sie nicht. Tu schlecht. Rot. 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 Why so easy? Hehe. Hehe. Köhöhm. 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 Okay, a signature. Well, no. Let's die. Let's die. Was ist das? Wo ist Egon an der Schütze? Weißt du wo der ist? Nee, weiß ich doch nicht. Tot. Ich hab acht Kills in zwei Runden gemacht. Hallo. Sag mal everyone. Wieso kann man die Kevlar-Weste nicht ergänzen, Alter? Du musst sagen, come on, everyone says löschtzwerg. Dann müssen wir das schreiben. Was? Was willst du? Jeder muss löschtzwerg schreiben. Warum? Warum? Fuck, Mann. Der lackt doch mal rein, der Hurensohn. Ahem. Ja, Hacker. Okay, da haben sie mal reingelackt. Guck mal. Guck mal, der Maximo, Alter. Komm, bummst die jetzt. Oh, das geht jetzt nicht mal weiter so. Jetzt muss ich die wegbumsen. Ja, sagst du schon seit Runden. Ja, und ich hab acht Kills gemacht in zwei Runden. Guck mal, wie viel Stats ich schon wieder hab, Alter. Ich bin wieder Erster. Wie immer. Ja, ich kenn die Metten nicht. Ja, ich auch nicht. Ich kenn sie doch auch nicht. Ja, und ich kenne die Lacken auch rein. Ja, tun sie wirklich. Da, guckst du dir an, ich geh um die Ecke zu holen. Ego hackt. Wo ist der? Ich melde Ego. Wegen Ecken. Heckt der. Ja. Warum Jeterl? He's a Jeterl. Weil Hurensohn, das ist ein... Löschziehen. Löschziehen. Ja. Ich weiß nicht, wo jemand sagt, f***ing Lüschzwerg. F***ing. F***ing. Ich f*** deine Lüschzwerg. Der AWP ist so heckt. Heckt der. Ja. Easy. Easy. Das letzte. Wo bist du? Ja, du bist... bist du tot? Der ist... ja, der ist links. Was, links? Nee, warte. Geh, Mitte. Der kommt, glaub ich, Mitte. Vielleicht. Oder? Ja doch, der ist da jetzt geradeaus. Hier. Der ist beim X, der ist beim Bombenplatz. Was? Easy. Ja, du nur durch meine Hilfe. Ja, guck mal. 17 Kills, Alter. So easy. Haha, so easy. We get it. Wann. Du, 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 du... B www.uhhp.esuhezuhezuhu! So, ich vergibste-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aaaaa-a-a-a-a-a... aber du lebst noch nicht mehr 1.2 Jungen Jungen der Mag okay warte mal die raffen das nicht das ist genauso behindert wie mit Zeugs spielen Alter ne wie mit einer Zeugs 10 Kills machen genauso behindert Jungen ist der bescheuerte Timo Alter Sauber Maximo defuse du Holzkopf Alter das 1 HP yes na weißt du yes Jungen du hast 3 Kills was willst du eigentlich ja und trotzdem das soll ja provozieren ja soll es auch das ist ja auch easy ja du bist auch schlossig Halt maul awp so heck mann der typ ist lucky man der typ ist low life man locker ich will das eine Löschzwerg wenn der Maximo das jetzt macht dann dann gebe ich den Löschzwerg aus den gebe ich ein Löschzwerg aus wenn das kein wenn du ein Löschzwerg ja der hört uns eh nicht ich bin tot der wenn der den Klatsch jetzt macht dann gebe ich den wirklichen Löschzwerg so der hört doch wie die Bombe geplandet wird komm komm töte den oh der Maximo Alter komm mann du Löschzwerg Alter da musst du schneller zur Waffe wechseln du kleiner Löschzwerg Alter jetzt bist du der Löschzwerg ich wollte dir eigentlich ein Löschzwerg geben aber du bist jetzt der Löschzwerg wie wärs fucking Löschzwerg stell dir vor die Gegner googeln das ich will dass die denken das ist eine Beleidigung stell dir vor die googeln das und sehen dann so eine Verpackung so eine Löschzwerg Verpackung so eine Löschzwerg Verpackung so der letzte wo ist der so der letzte wo ist der jo ich geh jedes mal mitte und bumse die einfach alle selbst wenn die zu dritt oder zu viert sind Alter ok nicht immer aber so easy so easy so easy so vorhin haben wir jetzt mal gesehen Jungs tschüss bis zum nächsten Part warte ja was hat man noch nicht Inferno lass mal Inferno machen tschüss bis zum nächsten Part tschüss wollen wir gleich weitermachen ja 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 ja